So und da sind wir wieder, back auf diesen schönen Aufsichtsturm, ne Funkturm, so Funkturm müsste das sein, oder? Jetzt wird es aber richtig peinlich. Machen wir den hier noch, Funkturm, ja. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob das mit dieser Saarroche so funktioniert, wie ich das so haben will. Okay, ich kann halt überhaupt nicht schießen, alles klar. Was sind denn, was war das jetzt bitte? Was war denn das für Piraten? Das war ja nichts, das war ja niente. Also, wir sammeln noch ein bisschen grüne Pflanzen. Grüne Pflanzen und blau, sehe ich doch auch noch. Warten wir erst mal noch die Kiste hier. Und hier draußen, ja, sind natürlich schon wieder Haie. Ich würde mir bloß kurz diese Blei-Pflanze hier schnappen. Oh Gott, da kommt einfach schon mal der Haie dieses Jahr. Hä, wie ist das? So, und das will ich jetzt natürlich gleich einmal gucken, ob ich das... Oh Gott, ich habe so viel Stuff hier. Medizinisch? Simuliert, also, was ist jetzt das eigentlich noch? Also, um schnell zwei Gesundheitsfelder zu heilen. Lerne neue Fähigkeiten, um die Verbesserung zu wirken. Okay. So, und was ist das? Simuliert die Produktion. Dann halte ich vollständig und bietet vier zusätzliche Gesundheitsfelder. Diese Felder regenerieren sich nicht. Okay. Tee. Ja, den Jagdinstinkt, den können wir eigentlich auch mal. Äh, okay. Wird verworfen, alles klar. Den habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, diesen Jagdinstinkt, aber naja. Ähm, Map erst einmal. Okay, jawohl. Boah, dieser, dieser weißen Punkt, der ist auch nur richtig heftig, glaube ich, zum Einzunehmen. Aber wir haben jetzt ja schon mal die komplette Karte hier aufgedeckt. Hier unten könnte es vielleicht dann weitergehen. Ähm, von der Hauptquest her müssen wir ja hier hin. Okay, da können wir sich einfach hin teleportieren. Aber wenn ich jetzt ja eh schon hier bin, bei diesem Buggy, äh, mache ich hier noch kurz die Mission. Und ich schätze jetzt mal, dass es hier schön bei dem Strand ist. Und da haben wir schon gleich immer. Hier in der Arbeit hat noch nicht so interessiert. Aber so eine schöne Buggy-Fahrt hier. Den Buggegner. Nein, ich... Oh Gott. Wow. Ich soll keine Stunts machen. Ich soll einfach safe machen. Alter, guckt euch das wieder an, wie die... Was die für ein Aiming haben. Eieieiei. Okay. So, wieder ganz normal auf der Straße. 20 Sekunden noch. Das ist ein Fall, ich saugen ab hier. Vor allem gut ist das Ziel. Da vorne ist das Ziel. Aber... Es geht aus. Und wir haben hier wieder schön Kohle bekommen. Und da kommen die. Und die Gegner... Oder? Die ziehen ab. Ui. Die ziehen halt wirklich ab. Oh Gott. Auch wenn da Boote kommen. Boote, Boote, Boote. Boote, 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 Boote. Hier schon richtig viele Haie sind. Ja, da gibt es eine Kiste. Und ich hoffe mal, hier kommt kein Hai hin. Ja, Gott. So, dann gucken wir noch kurz hier in die Hütte rein. Plündern wir den jetzt kurz noch. Wenn wir schon denen ein bisschen Kohle gegeben haben. Äh, Kohle. Äh, ich meine natürlich Lebensenergie. Oder Health... Health Duck. Stuff. Kann der sich ja ein bisschen revanchieren. So, Willis. Da will ich hin zu diesen Ausposten. Und der bringt uns vielleicht... Äh, ja. Auf die andere Insel. Weil wir wollen ja diesen anderen Anführer ja noch umbringen. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Jason, ich hab lang nichts mehr gehört von dir. Dachte, du wolltest weg hier. Nein, ich bleibe hier. Ich nicht. Die Russland-Operation ist aufgeflogen. Ich schließe mich der Taskforce 141 an und bin raus. War sehr schön mit dir. Danke. Ach, bevor du gehst, du musst mir einen Gefallen tun. Hilf mir, Heut zu erledigen. Das geht nicht. Wäre leichter, ein Bata an einem Samoana zu finden. Aber probier es ruhig. Ich hatte meinen Agenten da drüben. Er lebt noch. Glaube ich. Kannst du mir helfen, hinzukommen? Auf meinem Weg fliege ich über Heutzinsel, wenn du mit willst. Ich schicke die Koordinaten. Perfekt. Ich werde da sein. Das Flugzeug hebt gleich ab. Ob du da bist oder nicht. Äh, what? Oh, war. Wir sind jetzt schon richtig, oder? Ja, dann gehen wir hier gleich mal. Ah, ist nicht möglich. Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon. Da können wir sich jetzt schön hin teleportieren. Und dann fahren wir einfach die letzte... Die letzte Strecke fahren wir dann einfach noch kurz. Hm, hier links. So. Ja, 4 Minuten 40. Müsste machbar sein, wenn wir jetzt nicht irgendwie auch groß aufgehalten werden. Also das heißt, wir müssten dann noch irgendwie ins Flugzeug rein, ha? Auch wenn ich jetzt da immer wieder ein bisschen auf die Map gucken muss, dass ich, ja, dass ich mich ja nicht mehr fahre. Aber ich will ja jetzt unbedingt auf die, auf die andere Entwürfe. Ich wusste gar nicht, dass da irgendwie eine Bahn ist oder so, also eine Landebahn. Also, wie fahren wir denn da jetzt am blödsten? Wir fahren eigentlich die Strecke bis zu dem Waypoint, den ich hier mal markiere. Und dann kommen wir rüber. Ein bisschen blöd, dass wir mit dem Quad unterwegs sind. Ich glaube ich nicht, dass das schnellste Gefährt, aber schneller muss ich ja sowieso nicht fahren. Das passt schon. Wow, hat's mich da rausgedrängt. So, also hier wäre der Waypoint und hier muss ich dann links abbiegen, ha? Das funktioniert doch ganz gut. Das kenne ich halt noch bei Armour. Da habe ich auch sehr, sehr viele Wegpunkte setzen müssen. Zumindest am Anfang. Ja, die Pädaschen sind da. Ne, ne, ne. Nicht mit mir. Ich werde mit meiner Schicht. Lässt sich gut aus. Ja, der Ball, der Ball hier mal. Oh, haben wir noch? Moment. Wir haben noch eine Fähigkeit. Sehr schön. Moment. Aber da gibt es wohl Schönes. Durch... Umgang mit Absolute. 50% mehr Schaden. Oh, das ist ja mega nice. Äh. Moment, ich hätte aber jetzt gerne noch das mal da. Bevor sie überhitzen. Das machen wir doch gleich einmal. Ah, das kann ich noch nicht. Äh... Dann... ...wür ich aber trotzdem mehr da... Ne, gesundheitsvoll. Ganz wichtig erst einmal. Das ist das Wichtigste. So. Dann schauen wir sich hier da weiter oben, oder? Das ist ja gar nix. Okay. Äh, wenn die jetzt auch den... aus dieser Entfernung kommen, äh... aus dieser Richtung kommen, dann ist, glaube ich, mega nice. Und ich hätte trotzdem... anderen Punkt hätte ich wahrscheinlich, äh... investieren müssen. Aber... ...gesundheitsvoll ist halt ein Gesundheitsvoll. Das ist halt mega geil. Aber jetzt gucken wir erst einmal. Boah, das wird wieder ein Trip werden, hä? Oh, jetzt muss ich weg. So, okay. Dass ich die immer ein bisschen mehr markiert bekomme auf der Map hier. Oh, shit. In den Häusern, ey. Richtig crazy. Juggernaut. Das machen wir doch so. Und der lebt einfach noch, oder? Der lebt noch. Jawohl, der ist da. Hui! So, dann haben wir sich kurz ein bisschen Munition, oder? Bisschen. Bisschen. Okay. So, vielleicht kommen da noch mal ein paar. Fang doch mal. Oh, shit. Da kommt irgendwas Großes. Well, it's too... What? Von was, bitte? Moment. Okay, ich sehe jetzt natürlich auch bloß noch im Stream, dass er einfach tot umfällt. Eieieiei, was war denn jetzt da los? Äh, Moment, ich muss noch mal kurz... Einmal kurz mein Handy aufladen. Sorry. Yo, das ist jetzt so. Wo kam jetzt von mir? Äh, leg ich das einmal hier rüber. So, alles klar. Dann geht's weiter. Fang. Ja, what the heck. Was soll ich da bloß? Alter, das sind halt richtig viele, hey. Das sind ja jetzt schon sau viele. Was geht denn jetzt ab? Das war aber jetzt gerade nicht so heavy, oder? Okay, halt immer drüber geschossen. Die Penner haben uns die... Oh, Moment. Sorry. So. Mich würde ja jetzt mal interessieren, was da jetzt schiefgelaufen ist. Hätte ich da keine Nade schmeißen dürfen, oder? Sehr, sehr komisch. Der war ja instant tot. Und deshalb würde ich mal sagen, ich... Äh, Moment, ich mach hier noch die Fähigkeit. Mehr Gesundheit, ganz wichtig. Jawohl. Dass wir hier wieder gleich sind. Ich versuch's. Ich versuch's. Ah, das Wohnen, die Olli. Das ist ja mal cool. Okay, da ist noch einer am Leben. Jetzt nicht mehr. Okay. Da, aber ich hab jetzt gar nicht verstanden, warum da jetzt... Bam! Instant. Der Tod war. Okay, wenn Juggernauts kommen, muss ich einfach ein bisschen mit, ähm, der Pyrotechnik arbeiten. Äh, ansonsten, Gabi, ist das zu krass. Also, wenn da so ein Juggernaut kommt, der garantiert kommt. Früher oder später. Ja, hier zum Beispiel. Nee, der Grin schmeißt uns wieder eine Nade rein. Das war gut. Mach mal eine. Sehr schön. Zwei Nades und er ist down. So, wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen. So. Der ist der Hälfte, ist auch kein Problem. Ich würde jetzt bloß interessieren, was die zweite, weil die so heavy war. Dass der instant tot war. So, hier spawnen, glaube ich, auch keine mehr, oder? Ich glaube, die kommen nochmal von dieser Richtung, weil jetzt kommen hier zwei, äh, Fahrzeuge. Vielleicht darf ich auch nicht auf die Fahrzeuge die Granaten schmeißen. Probieren wir das nochmal. Okay, das war, glaube ich, besser. Okay, das war, glaube ich, besser jetzt. Einen noch im Haus. Und hier noch einer. Wirf die Waffe weg, aber echte. So, sind wir, glaube ich, schon mal weiter wie beim letzten Mal. So, 300 haben wir wieder. So, und eine, glaube ich, kann noch kommen, ne? Wenn ich das hier so angucke. Am liebsten eigentlich wieder von vorne. Die war eigentlich richtig nice. Natürlich. Okay, okay, weg hier. Ähm, okay, jetzt kommen sie wieder. Okay, night. Und noch eine night. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Fuck. Shit, 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 shit. Let's down. Hallen, hallen, hallen. Holy moly. Okay, und den jetzt wird, den fallen wir jetzt hinzu noch weg. Tschüss. Ciao.